Ja, moin Leute zu einer neuen Folge unseres Podcasts Inside Camping. Und ja, heute ist natürlich der Philipp dabei. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich sage eigentlich herzlichen Dank, weil eigentlich sind wir ja heute bei dir. Das können jetzt die Podcast-Zuhörer gar nicht wissen. Aber wir sitzen hier gerade mitten auf deiner Fläche und heute ist ja auch ein bisschen was los hier, ne? Ja, ein bisschen was los. Wir haben heute jetzt Sonntag, der 22.09. um 11 Uhr. Wir haben ein bestes Wetter hier. Wir sind hier in Wertheim bei unserer Hausmesse. Die Kenner unter euch wissen ja, dass der Marc auch zu Besuch war. Nicht nur zu Besuch, du hast ja auch ein kleines Event hier veranstaltet. Und wir dachten uns, es wäre doch eigentlich eine megacoole Idee, wenn wir jetzt hier in unserer Lounge eine Podcast-Folge aufnehmen. Das ist ganz lustig, weil hier die Leute auch vorbeilaufen. Dann winkt der ein oder andere. Dann kann es mal sein, dass wir da ein bisschen Interaktion drin haben. Aber ich glaube, das macht es nochmal ein bisschen lustiger. Ist mal was anderes, ne? Ja, glaube ich auch. Ja, ist tatsächlich eine richtig fette Hausmesse hier. Wir haben ja irgendwann im Frühjahr waren ja schon mal Outdoor Days. Und da war ich ja auch schon da, so mehr oder weniger zu Besuch. Und wenn ich ehrlich bin, war das so ein bisschen die Stichprobe, ob ich das hinkriege, hier ein Follower-Treffen zu machen. Und wie, ob ich damit klarkomme, ehrlicherweise. Ja, wir dachten uns, also du hattest eh schon mal öfter Bock drauf. Du hattest nur nicht so Lust, da jetzt so einen riesen Tantam um dich selbst zu machen. Ne, das mag ich ja nicht. Obwohl, ich will gerade einhaken, obwohl der Marc einen Aufsteller von sich selber hat. Den habe ich aber nicht selber gemacht. Den hat der Lars von Refine Styling gemacht. Den hat er tatsächlich einfach mitgebracht. Und ja, der stand dann da plötzlich. Auf unserem Hausmesen-Video, das wir gemacht haben, da könnt ihr auch mal so ein paar lustige Szenen zeigen. Was der Lars da ein bisschen rausgemacht hat. Glaube ich auch. Ja, das könnte ganz witzig werden. Ja, aber trotzdem, ich bin ja irgendwie nicht so der, ich mag diesen Personenkult-Kram halt eigentlich nicht so. Obwohl ich einen Pappaufsteller jetzt habe. Und ja, worauf ich halt keine Lust hatte, war Sporthalle, Bierbänke, Ringelpiez und Polonaise. Und deshalb war das eigentlich jetzt für mich eine schöne Gelegenheit. Zu sagen, du hast hier die Infrastruktur, hier sind sowieso viele Fahrzeuge, es gibt viel zu sehen. Ja, und deshalb dachte ich mir, da lade ich doch meine Follower mal ein. Und da sind einige gekommen, muss man auch sagen. Wie viele waren es? 40 Autos? Ja, waren 40 Fahrzeuge. Wahrscheinlich so 60 bis 80 Personen, oder? Ja, glaube ich schon. Also schon auf jeden Fall. Zumindest waren das die, die hier übernachtet haben. Einige sind auch im Pkw gekommen, haben sie zumindest gesagt. Und waren jetzt auch gerade wieder welche da, die einfach nur so kurz mal heute vorbeigekommen sind. Also ich glaube, das war schon einiges. Ja, wir haben dafür den Parkplatz von dem Wertheim Village bekommen. Die Kunden waren auch im Wertheim Village. Das ist ja eine ganz gute Möglichkeit, dieses Shopping. Boutique, Outlet, was auch immer, da nochmal zu nutzen am Samstag. Jetzt haben wir den Sonntag. Jetzt merke ich schon, dass der der ein oder andere hier aufkreuzt. Ja, es fühlt sich langsam. Und diese Kokosschnitte, die geht hier über den Laden täglich. Wir müssen den Podcast relativ schnell abbrechen. Das war es eigentlich auch für heute. Wir brauchen die Kokosschnitte. Aber vielleicht ganz kurz, bevor wir uns die Kokosschnitte holen. Also wie gesagt, die Veranstaltung hier ist ganz schön was geboten. Es gibt hier irgendwie natürlich ein paar Fahrzeuge. Wie viele Autos stehen hier im Moment bei dir? Es sind so um die 210, 220, die man anschauen kann. 190 sind oder 180, ich habe ja das im Video auch erklärt, sind unverkauft. Also noch zu haben. Können wir uns jetzt ausrechnen, wie viele verkauft sind. Das ist ja auch spannend. Ja, wir haben auch jetzt die Tage recht gut verkauft. Also wir haben jetzt Sonntag früh, da ist jetzt logischerweise noch nichts. Aber es wird jetzt dann heute nochmal sehr spannend sein, was heute noch so geht. Also ihr macht auch Verkauf heute am Sonntag? Genau. Cool, spannend, spannend. Also offiziell nicht. Also Beratung. Genau, wir machen Beratung. Aber okay. Kein Verkauf hier am Sonntag. Aber ihr könnt euch beraten lassen. Wer weiß, vielleicht führt das ja zu einem... Was weiß, ja. Beratung ist in Ordnung, ja. Jetzt bei der Gelegenheit. Meist verkauftes Fahrzeug dieses Jahr aus dem Kopf? Uh. Boah, ganz schwierig. Ich würde, also dieses Jahr würde ich mal sagen, MLT. Echt? Krass. Oder halt ein Sunlight Cliff Camper Van. Das sind so die zwei krassesten. Okay, okay. Okay, okay. Weil ich habe immer so den Eindruck, MLT ist ja... Also klar, Grand Canyon S, MLT sind auch meine Favoriten. Ich weiß, dass das so ein bisschen auch deine Favoriten sind. Aber dass die sich auch so gut verkaufen, ist schon krass, ne? Das ziehst du die Kunden an, meinst du? Ja, das ist einfach ein Produkt, das es so auf dem Markt nicht gibt. Es gibt keine Konkurrenz in dem Bereich. Also ein Allrad-Sprinter in dem Preissegment als Teil integriert. Das gibt es von einem Selbstausbauer für 200.000 bis 300.000. Das gibt es tatsächlich jetzt auch von einem einen oder anderen Serienhersteller, aber dann auch nochmal 20.000, 30.000 Euro teurer. Also Hümer macht es noch ziemlich gut. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Jetzt kommt ja, da müssen wir jetzt ja auch nochmal drüber sprechen, ein Fahrzeug, wo ich ein bisschen gehofft habe, dass er hier schon steht. Von Detlefs kommt ja was Schönes, ne? Dieser, wie heißt er? Globe Wars 4x4? Performance, ja. Das ist ja sowas ähnliches, wie so ein Light-MLT gewissermaßen, auf dem Crafter, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, wie der Crafter-Allrad, wie der sich schlägt. Dann müsste man eigentlich mal in den Offroad-Park gehen, ne? Ja, ich hoffe, dass ich das mal machen darf. Und nimmst du mich mit? Dann nehme ich mal mit, da komme ich gerne mit. Das können wir uns echt mal überlegen. Da hätte ich schon mal Bock drauf. Ich meine, wir haben ja den Sunlight 4x4, den sind wir schon mal im Offroad-Park gefahren. Ja, stimmt. Das war jetzt erst vor kurzem mit unserem Event. Das war ganz lustig, weil wir hatten keinen Guide. Ja, wir waren ja in dem Offroad-Driving-Center in Biberach von der Tufa. Das ist kein offenes Gelände, sondern da darfst du eigentlich nur mit Guide fahren, weil da halt echt steile Berge auch sind. Und mit Guide ist das natürlich easy. Da sagt dir dann, ja, jetzt gehst du mal hier in den ersten Gang oder in den zweiten Gang, gibst mal Gas, schön sachte und das schafft das Auto und so, dann weißt du das. Aber wenn der Guide nicht da ist und du fährst dann da irgendwo hoch und dann kracht es und links und rechts und plötzlich schwankt das Auto und dann hast du so eine Pfütze und du sinkst immer weiter rein. Ja, vor allem, man weiß ja immer gar nicht, so Böschungswinkel, wie viel geht wirklich, ne? Also ich glaube, im Zweifel... Irgendwann beim Cliff hat es auch gekracht. Wir haben das Auto dann hingestellt und haben gehofft, das merkt keiner. Was denn verkauft inzwischen? Kleiner Spaß, nein. Also das war auch bewusst, dass wir das machen dürfen und ich habe das auch gesagt, aber natürlich habe ich dann irgendwie gehofft. Bei der Gelegenheit, hier steht ein super günstiger Cliff, der ist ja gerade im Angebot. Der ist es nicht, der ist neu. Okay. Nee, aber das können wir uns echt mal überlegen. Auf jeden Fall, ja. Wann kriegen wir den denn oder wann kriegen wir den zu sehen, den Deadlift? Boah, das ist eine gute Frage. Ich muss euch leider enttäuschen, dass ich jetzt keine Lieferzeiten nennen kann, einfach weil ich nicht affin in dem Thema bin. Man hat es uns gesagt, wann der kommt, aber so richtig merken kann ich mir das Zeug nicht. Ich glaube im Frühjahr, aber bitte gerne nochmal unsere Verkäufer, Verkaufsberater drauf ansprechen. Aber sag doch mal Bescheid, wenn der da ist, weil dann würde ich nämlich gerne auch ein Vergleichsvideo machen, die beiden mal einen MLT und den mal nebeneinander stellen. Und weil ich finde schon, der ist ja, also das, was ich bisher gesehen habe, ist schon ein bisschen anders. Ja klar, ist er günstiger, klar andere Plattformen. Schmal, kurz, gar nicht so schlecht. Finde ich ein super spannendes Fahrzeug, muss man echt, glaube ich, auf jeden Fall mal was machen. Unterhalb für 120.000 ist, glaube ich, ein starker Preis, wenn du einen MLT vergleichst mit 150. Ja, eben, das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Oder teilweise sogar ein bisschen mehr. Also ich denke mal, da hast du auch einen fairen Preis. Bei der Gelegenheit müssen wir uns entschuldigen für Kindergeschrei, ne, dafür muss man sich nicht entschuldigen, aber für das Aufpusten der Luftballons. Ist das mit Helium? Sollen wir welche holen? Ich glaube schon, willst du ein bisschen Lachgas? Ich weiß nicht. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der so, oder die so Automaten verkauft. So 24, 7 Shops, wo so Automaten drin sind. Ah, okay. Okay, okay. Ja, kann man alles machen, ne? Ja, das hat man früher irgendwie schon mal gemacht und jetzt kommt es so gefühlt wieder. Na ja, gut. Jeder, jedem das Seine. Das sollen wir alle machen. Ja, sonst so Highlights. Was waren hier so deine Highlights jetzt gestern am Tag? Ja, gestern. Ich muss spontan sagen, dass das Follower-Treffen, was wir hatten, war so mein... Ich meine, klar, wir haben gut verkauft, schöne, nette Gespräche gehabt. Es war gut, was los. Die Leute waren größtenteils echt sehr zufrieden, waren freundlich, waren happy, waren gut drauf auch. Aber ich bin dann gestern Abend noch zu euch, also rübergefahren auf den Stellplatz und habe noch mal ein bisschen mal so die Stimmung versucht zu erhaschen, mal so ein bisschen Hallo gesagt. Und ich fand das ein wahnsinnig cooles Event. Also die Leute waren richtig cool und nett und gar nicht so, wie man das manchmal so, wo man da manchmal so ein bisschen Angst vor hat, dass dann jemand das so ausnutzt und irgendwie hauptsache günstig und umsonst. Ja, genau. Nee, gar nicht. Total coole... Haben die Leute auch gesagt, wie viele gesagt, Mensch, das wären ganz tolle Vibes da und du hast ja gestern Abend auch gesehen, die saßen alle noch lange zusammen und irgendwie, da kannte ja keiner, also die kannten sich ja untereinander alle nicht, also bis auf zwei. Die waren tatsächlich auch ganz niedlich mit einem Niesmann-Bischof und die Nachbarn mit einem Chanson, Schanzen, da und die sind, die beiden sind tatsächlich zu Hause auch Nachbarn, wohnen gegenüber. Super. Und die sind beide mit ihren Wohnmobilen hier und standen hier auch nebeneinander. Mega. Und beide auch Follower, von uns beiden übrigens, von beiden Kanälen, also alles gut. Und das war so allgemein. Ich fand, das war irgendwie total nett. Du bist da von einem zum anderen gegangen und jeder hatte eine Geschichte zu erzählen, alles super nette Leute und das hat einfach gepasst. War wirklich sehr, sehr schön. Ein ganz tolles Erlebnis. Ich fand es auch cool, dass der Harald Schäfer von Karatek da mittendrin war. Ja, stimmt. Der saß mittendrin im Stuhlkreis. War so ein Riesenstuhlkreis. Ich glaube, es waren 20, 30 Campingstühle. Bestimmt. Und der Harald mittendrin, das war irgendwie einfach, also Harald ist ja hier auch aus, stellt hier auch bei uns aus. Genau. Mitten im Karatek stand. Ich fand das einfach mega lustig. Auch generell dieser große Kreis. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast, aber die hatten so einen selbstgemachten Schnaps dabei. Ja, das habe ich noch mitbekommen. Und den haben die dann in der Reihe rumgereicht. Das war sehr innig auf jeden Fall. Genau. Das war sehr, sehr schön. Also, wenn wir es darauf angelegt hätten, ich glaube, wir beide, wir hätten dort nichts zu trinken mitbekommen müssen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber wir hätten wahrscheinlich auch dann irgendwann, also vom heutigen Tag zumindest, nichts mehr mitbekommen, würde ich mal sagen. Das war auf jeden Fall, da war genug Getränke da. Was ich auch krass fand, hast du das gesehen, was da für Fahrzeuge standen gestern Abend? Das war ja schon, also da standen so ein paar total aufgemotzte Sprinter rum. Ja, ein paar, der Lars hatte auch so einen kleinen Fanclub. Ja, die Refine Ultras waren da, die Refine Folierungsfans waren da. Also diesen, diesen, diesen Etrusco, diesen, also ihr müsst euch vorstellen, Etrusco, vorne Fahrerhaus in so einem richtig auffälligen Blau. So knallblau, ja. Knallblau und dann noch so neongrüne Streifen wie vom Crossover. Ja. Sah so ein bisschen aus wie vom technischen Hilfswerk, so ein Einsatzfahrzeug. Also, ja genau, ja, es sah extrem wild aus, aber irgendwie hatte, hat es was. Ich fand's auch irgendwie cool. Ich glaube, der arbeitet, der Lars hatte das erzählt, der arbeitet auch irgendwo im Katastrophenschutz oder sowas und der wollte das auch wirklich genau so haben. Also, finde ich schon cool. Ja, wie gesagt, ich fand die Sprinte halt krass. Da standen ja einige Grand Canyon auch, finde ich halt auch niedlich, dass da, also standen mindestens sechs Grand Canyon, glaube ich, rum. Vier MLTs habe ich gezählt. Geil. Das ist schon, äh... Coolstes Wetter auch gehabt, ne? Ja, das war gestern Abend. Irgendwann ging's Licht aus, ne? Auf dem Parkplatz. Echt? Ja, da ging's plötzlich klack. Da saßen wir alle im Dunkeln. Dann haben sie alle ihre Lichterketten rausgeholt. War sehr schön. Ja, wir hatten da so einen schönen Sonnenuntergang über dem Parkplatz. Das war fast albern, ne? Coolest, ja. Das war ja wirklich kitschig. Ich meine, du hast ja auch ein paar Aufnahmen, wir werden sie, denke ich, mal ein bisschen einblenden können. Ja, ja. Wie es gestern war, also... Wobei, ich habe viel weniger gefilmt, als ich wollte, ne? Ich habe gestern schon gesagt, ich muss heute auf jeden Fall nochmal rüberlaufen, hier ein paar Aufnahmen machen. Das ist ja immer irgendwie... Ganz ehrlich, ich konnte ja gestern Abend kaum noch sprechen, den ganzen Tag gequatscht. Das ist halt immer so, ne? Ja, ja, klar. Du hast aber dieses Mal, du hast dich eingecremt, du hast keinen Sonnenbrand gekriegt dieses Mal, ne? Ich sah ja letztes Mal aus wie so ein Krebs. Da war es noch ein bisschen wärmer und die Sonne hat ein bisschen mehr geknallt. Aber ich habe so die ersten zwei, drei Stunden gemerkt, oh, das wird heute auch kritisch. Und dann habe ich gleich gewusst, ich muss mich jetzt eincremen, weil sonst habe ich gleich das gleiche Dilemma. Und das hat dann gut funktioniert, zum Glück. Aber bei dir eigentlich auch, oder? Ja, geht einigermaßen. Ich merke aber jetzt schon irgendwie so da hinten am Kopf, da fehlen ja Haare, ne? Das ist ja... Da muss ich gleich mal die Mütze aufsetzen, glaube ich. So wird es passieren. Jetzt kommen aber doch eine ganze Menge Leute, ne? Ja, wir sind mal... Also Sonntag ist tendenziell immer Besucher stärker. Okay. Samstag ist, glaube ich, von den Zahlen bisher immer besser gewesen, so von den Verkaufszahlen her. Sonntag wird ja auch nicht verkauft, haben wir ja gelernt. Stimmt, ja. Wir verkaufen ja Sonntag gar nicht. Nee, eben. Ist ja dann logisch, dass die Zahlen samstags besser sind. Jetzt ist aber die wichtigste Frage, wie viele von den Kokos-Schnitten gibt es denn eigentlich? Ja, ich glaube nicht. Haben die davor? Ich habe jetzt gerade noch... Wir haben ja einen guten Blick hier auf den Eingang jetzt noch keine mehr rausgegangen. Also wenn wir hier gleich wegrennen und dann wird der Bestand der Kokos-Schnitten eng. Wäre eigentlich auch cool gewesen, wenn wir uns beide so eine geholt hätten und die jetzt hier noch gegessen hätten zu unserem... Ja, wir brauchen ja noch Potenzial. ...morgen Podcast hier. Das nächste Video mit Kokos-Schnitten, glaube ich. Vielleicht wird die Kokos-Schnitte auch zum Running-Podcast-Gag oder so. Ja. Es waren gestern noch viele coole Besucher da. Wie viele Leute waren da gestern, weißt du es? Um die 1200, 1300. Oh ja, nicht schlecht. Okay. Kann man nichts sagen. Wir hatten viele Partner da, die... Also hier das Haus unter uns, das Home of Mobility, das war da und haben wir ein bisschen ausgetauscht. Dann von den Lieferanten natürlich auch noch ein paar, die jetzt gar nicht da waren, aber auch hier unser Ansprechpartner von Lümer. Der wohnt hier tatsächlich ums Eck, ja. Okay, cool. Er war da, dann Familie, Freunde, aber auch ein paar aus der Branche. Dann der Martin Silbert von Wohnmobile Silbert. Ja, genau, der war auch da. Der hat uns auch mal besucht. Ach, schön, ja. Ganz, ganz coole, ja, einen coolen Tag ist dann gehabt. Viele Kunden auch, die auch mit mir gesprochen oder mit denen ich auch sprechen konnte. Ja. Das ist schon auch immer schön, dass die wiederkommen und das nochmal... Ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also ein Kunde, der nicht wiederkommt, ist ja irgendwie nix. Ja, und Partner sind ja auch eine ganze Menge da, ne? Also von dir waren jetzt... Wer war da? Wir haben Truma, wir haben Active, wir haben Goldschmidt, wir haben unseren Aufbereiter, der Andi, der hat seinen eigenen Stand gemacht. Dann Karatek haben wir auch über uns nochmal, aber ist ja unser gemeinsamer Partner. Wir haben das Autohaus Sabo aus Wertheim und wie gesagt Home of Mobility. Die haben auch ein E-Fahrzeug, die stehen, die machen unten dann auch die Power Days. Und jetzt gerade, da kriegst du so ein bisschen edleres Thema, Minestrone, Verköstigung. Und ich glaube, die werden nächstes Jahr dann auch zu unserer Frühjahrshausmesse dann auch wieder da sein und was machen. Super. Unten dann, das heißt, da könnt ihr dann auch mal runtergehen, euch das ganze Konzept mal anschauen. Und deine Vermietung ist da, McRand. Genau, McRand ist da. Dann haben wir die Off-Rotis, die machen so Zubehörsachen. Und dann natürlich auch noch die Partner, die wir im Zuge deines Follower-Events mit dabei haben, ne? Waldbike zum Beispiel. Genau, Waldbike ist dabei. Mavi war gestern dabei. Die sind aus gesundheitlichen Gründen, die mussten die gestern Abend. Das ist schade. Der arme Kerl. Gute Besserung an dieser Stelle an Dirk. Genau, Mavi war da. Waldbike ist da. Der Refine, der Lars von Refine Styling ist da. Der Folierer. Ja, ich bin da. Also es gibt schon eine ganze Menge zu gucken eigentlich. Und natürlich Autos ohne Ende, Fahrzeuge ohne Ende. Also da ist schon auch ganz schön zu sehen, wie die Ameisen, wie sie hier alle über den Stand laufen. Gibt es schon viel zu sehen. Was ich ja auch noch ganz spannend finde, darüber müssen wir nachher unbedingt nochmal sprechen, ist der Touring mit der Allrad, oder was heißt Allrad, mit dem Offroad-Umbau. Ist der auch höher dann, oder was? Der ist höher, ja. Das siehst du auch an den Heckstützen, aber auch am Tisch, ja. Der Tisch braucht für außen so eine kleine Verlängerung dann. Ah, okay. Und der hat BF Goodrich-Reifen und ist einfach für den Allradgebrauch umgebaut, weil der Touring durch sein, ich sage das immer ganz gerne, das voll verzinkte Rohrrahmen-Chassis. Das voll verzinkte Rohrrahmen-Chassis. Das sorgt halt für die Stabilität, deswegen kannst du den halt auch im Allradbereich benutzen. Ah, okay. Mein klassischer Wohnwagen, der ist ja eher aufgebaut, ich will jetzt, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber wie so eine Papphütte. Ja, ja, eigentlich schon. Und wenn du da halt irgendwo drüber rauschst, dann kann es halt sein, dass da irgendwas sich verschiebt oder so. Und das willst du halt nicht. Nee. Und beim Touring hast du das halt nicht. Ah, okay. Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Da haben wir ja gestern schon mal angesprochen. Ich glaube, da haben wir auch mal eine Idee, ne? Genau. Das könnte ganz spannend werden, wie der hinterm Sprinter aussieht. Das ist ein Umbau mit einer Firma zusammen, die unser Partner ist, die bietet dasselbe auch an, aber wir logischerweise auch. Ah, ihr baut das selber um hier? Ja, das ist gerade nicht. Ich glaube, da ist gerade ein Kumpel einmarschiert, der sich nicht angekündigt hat. Okay. Der aber von weit, weit weg kommt. Okay, gut. Dann machen wir mal weiter. Dann machen wir mal weiter, genau. Also das Ding müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Ja. Und ich werde jetzt gleich auch nochmal schauen, was so an Fahrzeugen und sowas da ist. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt auch fast gar keine Chance mehr, weil der Kollege kommt schon. Ich muss dich kurz vertrösten. Meine zwei Lieblings-Influss-Fahrungen. Ach, das ist ja schön. Kumpel von dir? Ja, ist tatsächlich einer meiner besten Freunde, mit dem habe ich zusammen studiert. Okay. Und ich habe ihn gerade hier reinlaufen sehen und gemerkt. Den kenne ich doch. Ja, erstens den kenne ich und zweitens der hat sich nicht angekündigt. Ja, lustig. Sehr schön. Okay, war gerade so ein bisschen in der Gegend. Naja, gut, schön. Ja, so nach wem von der Messe eigentlich noch irgendwas? Ach du, wir haben ja so viele Kontakte gesammelt. Auf der Messe selber tatsächlich war das Geschäft echt eher verhalten. Ah, okay. Ich hatte auch das Gefühl, es war bei anderen Händlern auch so, das ist natürlich auch immer, wir haben ja auch nur die Brille für die Marken, wo wir da sind. Ja, klar. Aber es war sehr viel los auf dem Hof. Also das, was wir eigentlich wollten, dass viele Leute zu uns kommen. Also quasi diesen Messe-Vibe hier auf den Hof bringen, oder? Und von daher war das echt viel. Aber die, die auf der Messe waren, haben natürlich ganz, ganz viele Kontakte gesammelt, viel mit den Leuten gesprochen. Und viele der Angebote, die dort geschrieben wurden, früher war das so, da hast du auf der Messe dann diesen Druck gehabt, das muss jetzt bis Sonntag unterschrieben sein, weil du kriegst jetzt hier 10.000 Euro extra. So war das dieses Jahr nicht mehr. Und diese Deals, die wir auf der Messe bekommen haben, die haben wir halt auch hier auf dem Hof gehabt. Ah, okay. Und deswegen kamen da erstens mal noch ganz, ganz viele Kunden bei Rum und es werden noch viele weitere kommen. Zumindest haben sie uns das so gemeldet. Und dadurch, dass unsere Herbsthausmesse immer zwei Wochen nach dem Caravansalon ist, werden da auch mit Sicherheit ein paar noch von der Messe gekommen sein. Für dich so die größte Überraschung auf der Messe? Ich meine, die Produkte hast du ja vorher schon gekannt. Und ich muss sagen, der XXLA, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der war ja ein bisschen schwierig bei uns zum Verkaufen. Da gab es immer Mörderrabatte drauf, also teilweise Summen, die... Also wir werben ja mit bis zu 75.000 Euro bei Detlefs, das entstand durch den XXLA. 75.000 Euro Rabatt. Das ist schon krass. Ja, da sag ich dir aber auch, da musst du als Kunde, ist natürlich deine erste Idee dann, ja, also okay, dann... Verarsche. Ja, Entschuldigung. Ja. Aber so war es wirklich. Und 75.000, was kostet das Auto? Im Listenpreis waren wir bei einem, glaube ich, bei 250.000, irgendwie sowas. Okay. Und der landete bei roundabout 175.000, also ja, das sind dann die 75.000. Das sind die 75, ja. Wahnsinn. Wir haben tatsächlich von diesen 5 XXLA, die wir noch vor ein paar Wochen hatten, haben wir alle verkauft. Echt? Ja. Krass. Und jetzt, ja, die waren alle plötzlich weg. Also natürlich haben wir die auch gut eingepreist und ehrlich gesagt war da auch nicht mehr so viel dran verdient, aber sie waren verkauft. Aber das ist, glaube ich, im Moment sowieso ein bisschen Schicksal der Branche. Wer verkauft, der macht nicht mehr viel Marge, ne? Nee. Du, ich will mich jetzt auch nicht beschweren, ja. Also, ähm... Ich habe ja da schon mal so ein bisschen eine Watsche abgekriegt bei dem einen Video, wo ich halt gesagt habe, bei uns läuft es einigermaßen gut. Ähm, dann waren da so... Ja, wollen die Leute immer nicht hören, ne? Äh, du, also, der eine hat kritisiert, was okay ist, der andere hat gehatet, was, ich finde, ich dann ein bisschen unnötig ist. Nö, geht nicht. Und immer die bösen Händler und ich kann das halt irgendwie nicht mehr hören, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir die bösen Händler sind. Nee, ich finde, so generell ist da ja, aber habe ich ja sogar auf dem Kanal so eine Stimmung gerade... So ein bisschen wütend halt. Ja, viel Wut bei den Leuten, viel Missgunst auch und... Missgunst, ja. Und so dieses, ja, ihr wollt ja alle nur Geld verdienen, wo ich mir denke, naja, also jeder von uns muss sich irgendwas in den Kühlschrank tun. Und selbstverständlich machst du das hier nicht. Also, natürlich musst du hier Geld verdienen, logisch. Du musst deinen Betrieb bezahlen, du musst deine Mitarbeiter bezahlen und willst wahrscheinlich selber auch noch was verdienen. Ja, kann man dir das vorwerfen? Ja, vor allem, was mache ich denn mit dem Geld? Ich versuche das ja immer den Leuten zu erklären. Ich lebe ja jetzt nicht in Saus und Braus, sondern ich versuche ja wirklich, hier einen Mehrwert für die Firma zu schaffen, die auf sichere Beine zu stellen. Das ist ja auch etwas, wovon der Kunde profitiert, dass wir sicher dastehen, dass man sich auch guten Gewissens bei uns ein Auto kaufen kann, ohne dass man in ein paar Monaten dann die bitterböse Nachricht bekommt, dass das Geld irgendwie futsch ist und die Firma Insolvenz anmelden muss. Das hatten wir jetzt in der Branche hin und wieder auch. Ja. Und jetzt nochmal zu dem Thema aktueller Situation ist so, dass wir zwar von der Stückzahl her ganz gute Zahlen, Ergebnisse haben, aber dadurch, dass die Marge eben bei manchen Fahrzeugen Null ist und bei manchen Fahrzeugen auch Minus, also weit über Null hinaus geht, Wir brauchen diesen Umsatz auch, der tut uns gut. Du hast ja gebundenes Kapital auch. Also wenn hier jetzt 20 Autos auf dem Hof stehen, die keiner kaufen will, dann verlierst du damit Geld. Genau. Und da muss man einfach, also ich bin da sehr dankbar darüber, dass das Interesse in der Branche da ist, dass die Leute Lust haben, auch dass die Hersteller auch uns unterstützen. Das muss man auch sagen. Also Detlefs und Sunlight kann ich da jetzt mal weit, weit vorne dran stellen, die jetzt zum Caravansalon auch einiges gemacht haben, sodass da auch ein bisschen Bewegung reinkam. Und ich bin halt immer der Meinung, dass das halt, das ist etwas, was man dem Kunde auch, was ihm was bringt. Also wenn der Kunde irgendwie 5.000 Euro gespart hat, dann ist das ja ein Mehrwert für den Kunde. Ja, natürlich. Das ist für mich immer das Wichtigste, weil der Mehrwert für den Kunde, der wird ja uns ja danken, sage ich jetzt mal, oder die Kunde. Ja, natürlich. Das heißt, wenn wir, wenn da ein bisschen Unterstützung in den Markt reinkommt und wir Fahrzeuge auch in Stückzahl verkaufen können, dann heißt es ja auch, dass das Interesse da ist und dass der Kunde sagt, den Preis finde ich jetzt fair und angemessen, deswegen kaufe ich das Fahrzeug jetzt. Ja, klar. Ich meine, es ist immer noch ein Freizeitgut. Das ist nun mal für, sage ich mal, 99 Prozent der Leute, die so ein Ding kaufen, ist das Hobby, was man sich gönnt, um seine Freizeit damit zu verbringen. Also das ist schon, das ist ja Geld, was man de facto über hat, so in Anführung. Genau. Und natürlich tut da jeder Euro mehr weh, wenn sowas teurer ist. Ja. Und klar, ich glaube, wir wissen alle, was da in der Branche los war in den letzten Jahren. Da haben, glaube ich, einige ein bisschen den Bogen überspannt, haben wir oft drüber gesprochen. Und deshalb ist da, glaube ich, auch so ein bisschen Wut. Es gibt aber auch viele Händler, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, die machen gerade nicht, die fahren gerade nicht wirklich Gewinne. Das muss man sich jetzt auch keine Sorgen machen, weil das oft auch über die Historie gewachsene, gestandene Firmen sind, die auch gut aufgestellt sind. Aber da sind auch einige dabei. Logischerweise, wenn es hier und da mal eine Insolvenz gibt, dann wird es auch den einen oder anderen geben, der es zwar schafft, der aber trotzdem ein bisschen gerade das Geld zusammenhalten muss. Und das gehört einfach ein bisschen dazu. Das ist das unternehmerische Risiko. Aber dementsprechend versuchen wir ja auch nur, eigentlich das Beste aus der Situation zu machen. Es konnte ja jetzt auch keiner davon ausgehen, dass das die nächsten zehn Jahre so weitergeht. Also mir war es klar, anderen Händlern glaube ich nicht. Wir haben es irgendwo auch ein bisschen kommen sehen und haben halt geguckt, dass wir unsere Kunden ein bisschen beisammenhalten. Wir haben ja auch so Aktionen gemacht zu Corona, dass wir dann nicht mehr an Vermieter verkauft haben. Das sind halt auch Stückzahlen, die uns jetzt halt auch wieder fehlen. Die waren solvent, die haben auch größere Stückzahlen abgenommen. Aber wir haben zum Beispiel gesagt, wir sind für den Endkunde da. Ja, da hat ja keiner irgendwie gesagt, vielen Dank dafür, sondern wir haben ja trotzdem gesagt, ja, ihr habt ja viel zu wenig und die Preise sind hochwertig. Ich möchte auch kein Dankeschön. Ich will einfach nur so ein bisschen versuchen, da mal einen Einblick transparent zu geben. Das sind halt alles unternehmerische Entscheidungen. Das musst du entscheiden, ob Endkunde oder Vermieter. Am Ende ist wahrscheinlich das Geschäft mit einem Vermieter das Leichtere. Genau. Gerade jetzt. Der hat jetzt gute Möglichkeiten, kann sich Stückzahl auswählen. Nein, wir sind natürlich auch offen für sowas aktuell. Du machst ja selber auch Vermietung. Aber bevor wir jetzt, eine Frage zur Vermietung habe ich noch. Wenn wir jetzt hier schon über Verkäufe reden und wie läuft es und so. Hand aufs Herz, wie viele Autos hast du verkauft gestern? Ja. Gestern waren es pro Standort zehn Stück. Das ist nicht schlecht, oder? Also 20 insgesamt ist super, ja. Okay. Das ist wirklich super. Kann man nicht sagen. Nur, dass man mal ein Gefühl kriegt, ne? Ja. Weil ich finde das immer, man hat ja so als Kunde überhaupt kein Gefühl, was sich so dreht in so einem Laden. Ja, ich hoffe auch, dass ich da ein bisschen transparent bieten kann. Wir Händler sind da übrigens sehr, sehr restriktiv, was die Zahlen angeht. Also ich versuche da immer, euch so möglichst transparent alles zu geben. Aber auf der anderen Seite bin ich sehr vorsichtig, weil irgendein Missgünstiger aus anderen Reihen, der kann mir das dann, also es kann zum Verhängnis werden. Irgendeiner holt jetzt wahrscheinlich schon einen Taschenrechner raus und sagt, okay, bei zehn Stück, das heißt dies, wie viel verkauft er dann über das Jahr? Der macht zwei Messen, lalala. Ja. Kannst du, glaube ich, gar nicht hochrechnen. Nee, kannst du nicht, weil das total... Das soll ja auch nicht so sein. Also ganz ehrlich, das ist dein unternehmerisches Risiko. Es ist auch nur hoch. Und das darf auch dein Geheimnis bleiben. Es ist ja in so einem kritischen Ereignis wie jetzt so einer Messe, da geht halt einfach viel Geld bezahlt fürs Marketing. Wir haben viel organisatorisch hier rein investiert und ja, ist eine schöne Zahl. Es ist schön, dass Interesse da ist. Und ich bin nach wie vor auch sehr dankbar für die, für das Feedback und auch, dass die Leute das Vertrauen in uns haben. Ich habe eine Sache, müssen wir noch kurz besprechen. Du weißt ja, ich bin der größte Allrad-Fan. Da habe ich vorhin eine nette Diskussion geführt, wo einer sagt so, ja, braucht man das Allrad denn? Und dann habe ich ihn angeschaut, ich verstehe die Frage nicht. Das Brauchen ist ja immer so ein Thema. Aber trotzdem finde ich es toll. Jetzt hast du, wir haben ja gestern so ein Gespräch gehabt zum Thema Vermietung, wo du gesagt hast, dein Plan ist eigentlich Allrad in die Vermietung zu bringen auch. Genau. Wir haben für die Vermietung im Jahr 25 haben wir Allradfahrzeuge gekauft, bestellt. Die müssten auch zum Frühjahr dann alle da sein. Das heißt, ihr dürft uns da gerne darauf ansprechen. Ihr dürft auch gerne schon buchen. Wir müssen nur gucken. Das haben wir jetzt halt noch nicht so ganz in der Hand, dass die Liefertermine auch bestätigt werden und dass das dann auch alles wirklich zum Frühjahr hinhaut. Aber die Fahrzeuge sind auf jeden Fall, die kommen. Und ja, wir haben einen Sunlight Cliff 4x4, den ihr fahren könnt. Oh, cool. Wir haben einen Grand Canyon S 4x4, den ihr fahren könnt. Und wir haben einen MLT 75 Crossover, den man fahren kann. Krass. Also, das ist aber auch spannend für die, weil ich habe jetzt ganz viele Gespräche hier auch gehabt mit den Leuten, dieses Thema Grand Canyon oder MLT. Das heißt, kannst du beide mal ausleihen für ein paar Tage und dann weißt du es hinterher. Vielleicht. Zum Beispiel, ja. Sehr cool, sehr cool. Tja, dann würde ich sagen, wir sollten uns jetzt langsam Gedanken über diese Kokoschnitte machen, oder? Ich glaube auch. Ich muss jetzt mal den Malte aufsuchen. Ja, dann machen wir uns auf die Suche und sehen zu, dass wir unsere Kokoschnitte kriegen. Sagen Dankeschön fürs Zuhören, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt viele Einblicke bekommen, da das ja auch ein Videopodcast ist. Schreibt euer Feedback gerne mal in die Kommentare. Gerne, gerne, genau. Ihr dürft auch gerne unser Hausmessen-Video anschauen. Da habe ich nochmal ein bisschen detaillierter über die Zahlen gesprochen, wenn euch das interessiert. Da gibt es auch den winkenden Pappmark. Stimmt, ja, der winkende Pappmark. Und da sind wir auch mal so ein bisschen die Messe abgegangen. Ich meine, ein paar Ausschnitte habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon gesehen heute. Waren auch auf dem Follower-Treffen. Da gibt es auch ein bisschen Videomaterial dazu. Also gibt es auf jeden Fall was cooles. Und wie sieht es aus, Follower-Treffen? Das werden wir wieder machen, oder? Das machen wir wieder, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich denke mal, dann müsstet ihr unbedingt hier bei Marc auch ein Abo dalassen, dass ihr darüber auch informiert werdet. Gut, du informierst auch, also am besten auch beim Philipp ein Abo dalassen. Ja, und die Glocke nicht vergessen. Klingeling, genau. Und dann wird alles gut. Ja, vielen Dank auch für das Feedback, für die Unterstützung, für die Treue, für die Loyalität, für diese tolle Community. Gerade in den letzten Wochen, Monaten auch auf dem Caravansalon. Das möchte ich jetzt auch mal an deine Abonnenten sagen. Man hat mir ja schon geflüstert, du hättest Fotos machen müssen mit Followern auf dem Caravansalon. Das erste Mal ist mir das passiert, dass jemand ein Bild machen wollte. Ich meine, auf der einen Seite, du freust dich, auf der anderen Seite denkst du, ich bin doch auch, ich bin doch eigentlich nur wie du, ein normaler Mensch. Das ist ein komisches Gefühl. Irgendwie aber schön. Ja. Muss ich auch sagen. Ich finde es einfach, also ich finde, man kriegt sehr viel, man kann es ja mal so sagen, man kriegt sehr viel Liebe ab irgendwie, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, schön. Also ja, man kriegt auch sehr viel Hate ab, aber man kriegt auch sehr viel Liebe ab. Ich glaube, das Gefühl, aber das Positive ist mehr. Ja, sonst würde man es ja auch nicht machen. Also ganz ehrlich, wenn das nur dieser YouTube-Hate ist, den man da so manches Mal kriegt, dann würde ich es, glaube ich, ganz sicher nicht mehr machen wollen. Also, wir machen das für euch, weil ihr da genauso Bock drauf habt wie wir. So sieht es so aus, oder? Perfekt, dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Und wir holen uns die Kokoschnitte. Übrigens, genau, die Kokoschnitte. Podcast, wir können es jetzt sagen, oder? Wir machen das wöchentlich. Wir machen einen Plan, wir machen das wöchentlich. Ihr kriegt jetzt wöchentlich von uns Podcast-Folgen. Ihr kriegt jetzt wöchentlich was auf die Ohren von uns. So ist der Plan. Genau. So wird es gemacht. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.